Was lernen Studierende beim Schreiben einer Bachelorarbeit idealerweise? Ja, das Schreiben einer Bachelorarbeit stellt eigentlich alle Studierenden vor eine relativ große Herausforderung. Und wenn ich jetzt an mein Institut denke, dann muss ich sagen, es gibt ja Studienrichtungen, in denen zwei Bachelorarbeiten geschrieben werden. Es gibt Studienrichtungen, in denen nur eine Bachelorarbeit geschrieben wird. Aber auf jeden Fall ist es eigentlich die erste große Arbeit für die meisten Studierenden. Jetzt verglichen mit den anderen Arbeiten, die sie vorher geschrieben haben, das waren eben so Prosemina-Arbeiten, die halt einen kleineren Umfang haben. Also in der Regel sind das 15 Seiten und bei einer Bachelorarbeit ist es die doppelte Menge des Textes. Das heißt, bei uns am Institut haben die Bachelorarbeiten einen Umfang von 30 bis 35 Seiten. Und ich glaube, diese Länge ist eine riesige Herausforderung für die meisten Studierenden. Was sie beim Schreiben der Bachelorarbeit lernen, ist auf jeden Fall die Disziplin. Es ist dadurch, dass es eben so eine große und eine lange Arbeit ist, müssen sie sehr diszipliniert sein, was den Umgang mit der Zeit angeht. Ich glaube, das ist auch eines der größten Probleme für die Studierenden, dass sie sich überschätzen und dann eben das Bachelorseminar nicht abschließen. Es gibt aber auch viele Studierende, die mit der Zeit sehr gut umgehen können. Das, was die Studierenden lernen, ist auch die Empirie. Also wenn ich jetzt an den Fachbereich Deutsch als Fremd- und Zweisprache denke, wir verlangen schon, dass Bachelorarbeiten auch einen empirischen Charakter haben. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz neue Sache für die meisten Studierenden. Das heißt, sie müssen eigene Daten erheben, sie müssen sie bearbeiten, aufbereiten, auswerten. Und ich sage aber immer wieder zu den Studierenden, dass es eigentlich von großem Vorteil ist, wenn sie eigene Daten haben, weil eben die eigenen Daten auch viele Möglichkeiten dann für die Aufbereitung des Themas bieten. Das heißt, diese Empirie ist das, was sie bei unserem Fachbereich Deutsch als Fremd- und Zweisprache auf jeden Fall lernen. Und es fällt noch ein dritter Punkt auf, der erst beim Schreiben der Bachelorarbeit auffällt. Und das ist aus meiner Sicht so ein gewisser Rückblick auf das ganze Studium. Das heißt, die Studierenden denken nicht im Kontext einer Lehrveranstaltung, sondern man sieht, wie sich die Fäden von allen, die inhaltlichen Fäden von allen anderen Lehrveranstaltungen eben in dem Bachelorseminar treffen. Und ich würde sagen, sie denken dann eher diskursorientiert. Studierende lernen bei dem Verfassen einer Bachelorarbeit ganz viele Dinge auf einmal. Einerseits betreiben sie wahrscheinlich zum ersten Mal so eine gewisse Art an Forschung und Erkenntnisgewinn. Das heißt, bei uns ist es so, dass man ein geologisches Thema wählt. Meistens ist damit eine Feldarbeit verbunden und es werden Proben gesammelt. Dann geht man ins Labor oder auch an gewisse Maschinen oder man lässt sich Dünnschliffe präparieren und erforscht dann ein gewisses Thema. Und dann nimmt man diese Resultate, Daten, Erkenntnisse und versucht das dann eben in einen größeren wissenschaftlichen Kontext einzubauen und auch die Ergebnisse zu verarbeiten schriftlich. Und das ist, glaube ich, ein Riesenprogramm, das sehr aufregend ist und das erlernt man eigentlich in dieser ganzen Phase. Und diese Bachelorarbeit ist eben eigentlich als Vorbereitung dann zur Masterarbeit gedacht. Dass man da sich Skills, also gewisse Fähigkeiten sich aneignet, die man dann schon relativ souverän bei der Masterarbeit dann umsetzen kann eigentlich. Was Studierende beim Schreiben einer Bachelorarbeit lernen, jedenfalls in meinem Fach der Mathematik, ist in erster Linie sich mit einem Thema, einem eng begrenzten Thema, selbstständig auseinanderzusetzen. Und dieses Thema selbstständig in eine Form zu bringen, die für einen imaginierten Leser oder eine imaginierte Leserin verständlich ist. Das heißt, was man lernt ist, einen Sachverhalt erstens selbst natürlich geistig durchdringen, verstehen. Aber, zweiter ganz wichtiger Punkt, diesen Sachverhalt auch so in eine textliche Form bringen, dass das Ganze lesbar und verständlich wird. Und das ist keine ganz so einfache Aufgabe. Welche Kompetenzen, die man beim Schreiben einer Bachelorarbeit oder einer schriftlichen Arbeit erlernt hat, kann man dann auf das Leben danach, auf die Berufswelt übertragen? Naja, also Disziplin ist, glaube ich, ein Punkt, der im Leben sehr, sehr wichtig ist. Und wenn die Menschen diszipliniert sind, dann sind viele Dinge auch einfacher. Also ich glaube, diese Aspekte der Disziplin oder gewisse Aspekte der Disziplin, die lassen sich sehr gut auch im echten Leben außerhalb der Wissenschaft, außerhalb der Uni sehr gut verwerten. Und das wäre eine Sache. Und die Empirie, die, glaube ich, beeinflusst auch sehr stark das Denken der Studierenden. Das heißt, sie sehen, dass man gewisse Fragen auch vielleicht aus zwei, drei, vier unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Dass es nicht nur eine richtige Antwort auf eine Frage gibt, sondern es gibt ja mehrere mögliche Wege, die uns ermöglichen, eben an die Frage heranzutreten und die Frage einfach aus unterschiedlichen Perspektiven zu beantworten. Es gibt definitiv Kompetenzen, die man beim Schreiben der Bachelorarbeit erwirbt, die man dann transferieren kann in andere Gebiete, insbesondere dann auch ins Berufsleben. Denn diese Fähigkeit, wie soll ich das jetzt ausdrücken, vernünftig, strukturiert, geschickt zu kommunizieren, einen komplexen Sachverhalt so darzustellen, dass ein bei der Bachelorarbeit ja nur imaginiertes, aber in der beruflichen Wirklichkeit dann tatsächliches Gegenüber, dass dieses Gegenüber den Sachverhalt auffassen kann, dass ich mir überlege, wo muss ich anfangen, damit mein Gegenüber mich versteht, welche begrifflichen, methodischen Vorbereitungen muss ich bringen, damit mich mein Gegenüber versteht. Und dann schließlich zu dem Ergebnis kommen, das ich darstellen möchte. Das sind sicher Dinge, die man nicht nur für die Bachelorarbeit braucht, sondern die sehr, sehr nützlich sind in vielen anderen Bereichen des Lebens insgesamt, insbesondere auch für eine berufliche Laufbahn. Ja, schon, glaube ich, mit deiner Bachelorarbeit, weil viele hören ja nach der Bachelorarbeit auch auf. Also wie gesagt, man setzt, also der Studierende setzt sich sicher ernsthaft mal, also es ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der eigenen Erarbeitung von Wissen. Und andererseits eben diese Verschriftigung, ich lerne genau, klar, mich auszudrücken. Ich denke, das sind Kompetenzen, die ich überall eigentlich anwenden kann. Was ist die wichtigste Einstellung, die Studierende mitbringen sollten, wenn sie die BA-Arbeit, die Bachelorarbeit angehen? Ich glaube, die wichtigste Einstellung ist sozusagen das eigene Erwartungsmanagement. Eine Bachelorarbeit ist keine Dissertation. Eine Bachelorarbeit ist per gesetzlicher Definition nicht einmal eine wissenschaftliche Arbeit. Das heißt, in einer Bachelorarbeit geht es darum, zu zeigen, dass ich Wissen, das ich gehört habe, anwenden kann auf eigene gewählte Felder. Es geht nicht darum, die Disziplin zu erweitern. Es geht nicht darum, neues Wissen zu generieren. Es geht nicht darum, um bekannte Quellen zu heben. Darum geht es alles nicht. Es ist wirklich eine relativ runtergekochte Übung im Schreiben eines anspruchsvollen Textes in einer wissenschaftlichen Sprache. Und ich glaube, dass, wenn man dieses Erwartungsmanagement an sich selbst betreibt, wenn man auch die Hilfestellungen, die wir haben, wahrnimmt, wenn man das Schreibmentoring wahrnimmt, wenn man die Gruppensituationen wahrnimmt, wo auch sehr viel geübt wird, dann, glaube ich, kann das gut gelingen. Absolut. Vielleicht könnte ich nur noch dazu ergänzen, zwei Punkte. Erstens, ganz wichtig, die Frage, die Forschungsfrage einer Bachelorarbeit immer aus der Logik des Faches herausformulieren. Also nicht sozusagen ein Phänomen, beispielsweise Echo Chambers oder Selfies irgendwo hernehmen und sich hier nur von Intuition und Interesse leiten, sondern eigentlich schon bevor man sich die Frage überlegt, Literaturrecherche machen und schauen, sind das überhaupt Themen, die im Fach relevant sind. Das ist das Erste. Und das Zweite ist die Fragestellung der Größe des Formats anpassen. Also das ist im Grunde das, was du gesagt hast. Also wenn ich weiß, ich habe 20 Seiten zur Verfügung, dann formuliere ich die Frage so, dass ich sie auf 20 Seiten beantworten kann. Was ist denn die wichtigste Einstellung, die Studierende mitbringen sollten, wenn sie eine Bachelorarbeit angehen? Also die Bachelor-Seminare bei uns am Institut sind monothematisch. Das bedeutet, dass die Studierenden Bachelorarbeiten zu einem relativ großen Thema schreiben. Und daher ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dass die Studierenden nicht mit einer Vorstellung kommen, okay, in der ersten Einheit wird der Dozent, die Dozentin irgendwas erzählen, in der zweiten Einheit werde ich dann meine Fragestellung entwickeln und in der dritten Einheit kann ich dann anfangen, die Bachelorarbeit zu schreiben. Also so funktioniert das nicht. Das heißt, die Studierenden müssen aus meiner Sicht sehr geduldig sein. Das hängt auch mit der Disziplin, die ich in der vorherigen Frage erwähnt habe, zusammen. Und sie müssen sich halt auf die Tatsache einstellen, dass die Entwicklung einer Fragestellung sehr lange dauern kann. Es gibt Studis, die das sehr schnell schaffen. Es gibt sehr viele Studierende und aus meiner Sicht ist es die Mehrheit, bei denen die Entwicklung der Fragestellung einfach länger dauert. Und ich erlebe manchmal Studierende, die sehr genervt sind von meinen Anfragen und Nachfragen und dem ganzen E-Mail-Verkehr, weil ich noch immer nicht zufrieden bin mit ihrer Fragestellung. Aber aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man eben dran bleibt und dass man nicht sagt, okay, ja, es passt irgendwie, sondern die Fragestellung muss wirklich sehr, sehr gut passen. Das heißt, diese Einstellung, okay, ich bin bereit, an meiner Fragestellung zu arbeiten und sie auch weiterzuentwickeln. Und vielleicht bin ich auch bereit, und das ist auch ein wichtiger Punkt, die Fragestellung nach einer gewissen Zeit ganz neu zu konzipieren. Weil es kommt auch immer wieder vor, dass die Fragestellung neu konzipiert werden muss, weil sich dann beim Schreiben herausstellt, dass etwas überhaupt nicht passt. Und ich möchte auch dann immer, oder ich muss dann die Studierenden auch ermutigen, weil sie oft sehr enttäuscht sind und sie betrachten diese schlechte oder falsche Fragestellung als etwas, ja, natürlich als etwas Negatives. Aber aus meiner Sicht ist es auch eine sehr, sehr positive Sache, weil sie dann sehen, okay, die Fragestellung war falsch, jetzt muss ich die neu entwickeln und die zweite wird gut sein und ich kann dann wirklich eine gute Arbeit verfassen. Ja, der nächste Punkt betrifft die Recherche. Das ist das, also die Bereitschaft, eine gute Recherche durchzuführen, müssen die Studierenden auch auf jeden Fall mitbringen. Aus meiner Sicht kann ich sagen, dass ich immer wieder in den Seminaren erlebe, dass die Studierenden dann mit so einem Google-Denken kommen. Das heißt, sie geben einfach die Fragestellung oder die Fragen oder die Begriffe aus der Fragestellung in eine Suchmaschine ein und dann warten sie, was die Suchmaschine quasi so rausspuckt. Und das ist aus meiner Sicht eine schlechte Einstellung, weil es doch wichtig ist, auch andere Quellen heranzuziehen, die vielleicht Google gar nicht kennt. Und ich bestehe dann darauf, dass die Studierenden auch tatsächlich in die Bibliotheken gehen und dass sie auch die Orte an der Uni nutzen, an denen man recherchieren kann. Die Bibliotheken gehören auf jeden Fall zu diesen Orten. Und ich erlaube mir zu behaupten, dass ich auch erkennen kann, wenn ich die Arbeit nicht bekomme, dass ich dann an der Konzeption der Arbeit und auch an dem Inhaltsverzeichnis erkennen kann, welche Studierenden tatsächlich in der Bibliothek waren, welche auch den breiten Diskurs eines Themas kennen und welche nur im Google recherchiert haben oder halt in digitalen Datenbanken. Es ist sehr wichtig, dass man motiviert ist, dass man interessiert ist und dass es ein wichtiges Thema für mich ist. Und es ist darüber hinaus auch wichtig, dass man sehr kritisch mit den eigenen Aussagen oder mit dem, was man schreibt, umgeht. Also dieses Lesen, immer wieder Lesen, ist sehr wichtig. Sich selbst korrigieren, nie davon ausgehen, dass man es schon perfekt formuliert hat. Und dann etwas, was nicht alle Studierenden können und was man lernen muss. Man muss lernen, mit Kritik umzugehen. Also man sollte in der Wissenschaft Kritik, natürlich gibt es auch böse Kritik, aber normalerweise ist Kritik in der Wissenschaft etwas Positives. Man sollte lernen, damit lernen umzugehen mit einer fremden Kritik, zum Beispiel von einer betreuenden Person oder von Kolleginnen, in dem Sinn, dass man nie persönlich wird und dass man nie glaubt, dass es persönlich ist, sondern es sollte immer zur Verbesserung dienen. Und das ist etwas, was sehr schwer fällt am Anfang, mit Kritik richtig umzugehen. Die wichtigste Kompetenz ist natürlich Interesse am Thema. Motivation, Neugier, Erkenntnis tragen. Ich glaube, das steht mal am Anfang. Dann geht es eher darum, sorgfältig mit dem ganzen Prozess umzugehen. Wie nehme ich meine Proben? Wie erarbeite ich gewisse Schritte? Und in weiterer Folge eben, wie verschriftliche ich das, dass es auch für andere Leute verständlich ist, dass ich es auch meiner Mutter oder meinem Vater geben kann, der kann sich das Tuch lesen und verstehe doch was davon in einem gewissen Rahmen. Und darum geht es eigentlich in der ersten wissenschaftlichen Arbeit. Ich finde, die wichtigste Voraussetzung, die Studierende mitbringen sollen, wenn sie eine Bachelorarbeit schreiben möchten, ist natürlich Interesse, Neugier, diese wissenschaftliche Fragestellung zu beantworten. Hier liegt aber auch schon oft das Problem, dass die Studierenden einen Such- und Erfolgsdruck haben und meinen, sie müssen mit ihrer Bachelorarbeit einen Nobelpreis gewinnen. Dies baut natürlich zu viel Druck auf und kann oft auch sehr hemmend sein bei der Durchführung der Arbeit. Ich rate Studierenden immer, sich genug Zeit einzuplanen für die Erstellung der Bachelorarbeit, vor allem auch für das Einlesen in die Thematik, für die Literaturrecherche und für das Schreiben der einzelnen Teile. Es sollte auch zwischen den einzelnen Teilen nicht zu viel Zeit vergehen, denn es ist auch wichtig, am Ball zu bleiben. In meinem Fach ist es so, dass eine Bachelorarbeit fast automatisch dann gut gelingt, wenn der Studierende, die Studentin, der Student sich für das Thema wirklich interessiert. Das heißt, aus meiner Sicht ist die wichtigste Vorbedingung, bevor man mit einer Bachelorarbeit beginnt, dass man sich etwas aussucht, was einem Spaß macht, was einem Freude macht und man sich wirklich dafür interessiert. Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Einstellung. Natürlich kann man wahrscheinlich eine Bachelorarbeit auch machen über irgendein Thema, zu dem man eigentlich keine innere Beziehung hat, aber nach meiner Erfahrung, ich rate allen meinen Studierenden, die zu mir kommen wegen einer Bachelorarbeit, sich etwas auszusuchen, was ihnen gefällt. Denn damit ist fast automatisch der Erfolg auch garantiert. Es ist ja nicht nur in der Mathematik so, was einem gefällt, was man gerne tut, damit hat man dann auch weniger Schwierigkeiten. Da ärgert man sich nicht, wenn man mal ein bisschen länger braucht als gedacht, sondern man wächst an der Aufgabe. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich die wichtigste Voraussetzung oder das ist das Wichtigste, was eine Studentin, ein Student mitbringen sollte, wenn sie oder er mit der Bachelorarbeit beginnt. Ich entdecke deinen das ist das Wichtigste Zeichdócio, das ist ein Die Schichten. Ach so, wie lange ist es wichtig. Aber das ist die Bewegungsrende. Ich versuche noch mein lauswert earning, ich bis ich nicht nicht über die Regierung und sich in der Lage durante unsere Kublauze. Untertitelung des ZDF, 2020